Wuffuffe, bla 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 Who fucking cares, zumindest jetzt gerade Looten Open that gate Ne, hier kommen wir auch nicht wirklich weiter, denke ich Die Götter strafen jene, die Bruder uns nicht liefern Halt's mal! Unsere Häuser haben sie niedergebrannt, alles geklaut Warum, ihr Götter? Sei still, sonst werden sie noch zurück Äh, ach guck mal, wir haben doch schon Level und können jetzt ein Talent vergeben Scheinbar, Schema wird gesperrt Hexerbildung Magie Alchemy Können nach hier oben irgendwo ausbauen scheinbar Was haben wir hier? Das haben wir schon scheinbar Messer werfen Parieren Äh, parieren, äh Statiert sehe ich gar nicht mehr Vitalität Mhm, ja ich denke das mit dem Parieren ist eine ganz nette Sache, ne? Leertaste Das haben wir schon noch Das haben wir noch nicht Ja Also funktioniert das alles klar Gut, dann haben wir jetzt das erste Dings da genommen, gebaut What fucking ever Mehr Regeneration, wenn ich mich richtig erinnere Ähm, nur wie kommen wir jetzt hier weiter? Ist die Frage der Fragen Der Typ sagt Wo kommen die denn her? Hier haben wir doch schon alles durchkämmt Ja Schön, hier kommen wir jetzt da durch Nein, hier kommen wir nicht rein, korrekt Ja, hier kommen wir nicht rein Ja Was ist denn hier noch so? Hier geht jetzt auch nicht so viel Hier können wir so oder so nicht durch Also müssen wir quasi da hinten wo der Kacktrache war irgendwie Oder Keine Ahnung Oder bin ich hier gerade einfach mal wieder zu blöd Jetzt kommen wir nicht weiter Nee, nee, nee Das sieht nach einem Weg aus Irgendwo darf man den benutzen Offensichtlich nicht Da gerade irgendwie so eine komische Soldaten Da Wie viel die Soldaten Ich will sie mich zurück Und verteidigen also voll die Blablabla Toll Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter Ich meine, durchs Haus wäre ja Sinnvoll Rein theoretisch Hier durchs Haus ist jetzt nicht so Ich meine, das eine Hausrat war schon sehr hoffentlich unterschiedlich zu den anderen Das hier vorne Aber Irgendwie ging da auch nicht so viel Irgendwas benutzen können Der Schrank der finde ich auch sehr auffällig hier Aber hier hilft ja alles nix Ja, ja, dann schauen wir mal hier in Unser Quest-Log Und dann ist das Buh, bbbbbbbbbb Offenbar halt blabla Eine Hintergasse ist verschaffen Der Hexer Aha, ja so sehen ähm ja toll ja und wie komm ich jetzt in diese kack hintergasse oder müssen wir jetzt alle Häuser hier haben also das Haus ging nicht da ging auch nix was ist denn hier beim nächsten Haus, zum Beispiel diesen hier vielleicht ist da jetzt eine Tür aufgegangen irgendwo wenn es denn eine Tür geben würde gibt es hier nicht was haben wir hier noch hier brennt alles herrlich da ist der Scheiß da trifft uns auch nicht wirklich weiter kann doch nicht sein immer ich meine da ist so ein Verbindungsding wenn wir nach oben kommen würden im Haus wenn das das ist auch hier sehr auffällig was auch immer das ist da ist das ach das Kissen ah schäckig ne ist das doof hier kommen wir auch nicht durch gar nicht da kommen wir auch nicht hin das ist verschlossen das hatten wir beide schon hier das Ding ist nämlich auch verschlossen das genau ist echt nie wahr sein hier hier geht auch nix ab klettern ist auch nicht drin wir sind hier nicht bei Assassin's Creed äh äh pfff äh ja komm mal irgendwie auf die kack Mauer drauf vielleicht nicht was haben wir denn hier noch nix hier haben wir zumindest nochmal eine Tür im Haus verschlossen wie gerade eben auch das ist doch nicht hier warte 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 grün ist gerade auf der Karte was ist das denn sie haben uns alles genommen zum Glück leben wir noch da muss ich vielleicht mit den Spongos irgendwie reden nö die wollen halt nicht mit mir quatschen OW ja was wird denn hier mit n Feuer fuf dich ach ne das ist hier auf Wurfgrönts hier kurzschwerd haben wir das ist das hier, das ist langschwert, das kann, ja das ist über das Schwert genau mehr ne, aber das kann ja jetzt mal hier, wie läuft denn der Scheiß hier, so mal jetzt hier völlig verblöder, da kann das erst nicht sein, da, 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 was zum Zweifel ist das Grüne, da was hilft jetzt aus uns? ähm, irgendwie zu hoch vielleicht einfach mal hier reingehen vielleicht bringt es mir irgendwas da gibt es auf jeden Fall nochmal eine Tür, aber ebenfalls zu hier ist das Grüne in der Ecke, ja, aber das ist auch nicht so so ein Staub ähm, vielleicht soll das Grüne in der Ecke bedeuten ähm, vielleicht soll man nochmal in den Questlog schauen Orte Charaktere ne, Quests wollen wir, ne bla 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 bla, hier steht ganz viel Bullshit also bringt es hier alles nicht, wir müssen jetzt irgendwas hier finden nein, theoretisch muss es ja da vorne irgendwo sein also hier wo kommen die denn her? die haben wir doch schon alles durchkämmt aus der Erde gewachsen? äh, la gibt's doch nicht war hier schon drin? stimmt, oder? ich hab's einfach schon mal bei Google eingetippt falls ich einfach mal zu blöd bin da, 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 da da, da ähm ja Zeichen bla 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 ja, das Ding, was ich da unten hab wie, wie setz ich das Gerät denn ein? ach so äh ich wollte gleich da hinten noch, warte mal äh dort liegen im Durchgang oder soll